Ahoi Leute und willkommen zum nächsten Mal vom Anteil des Play mit Kishy, Fischy und Freddy und ich habe gerade noch die Stadt hier gelohntet, keine Ahnung was die da drüben wieder für Faxen anstellen Wir haben nichts gemacht Ich spreche gerade ein paar Vitamine rein, weil ich Swag hab Wir haben eigentlich nichts gemacht, außer noch ein paar Zombies getötet, die uns im Weg standen und uns fast getötet hätten Und ich habe jetzt den Mund voll Wir haben noch ein bisschen über gewisse Leute diskutiert Oh, Raw Explosive Shotgun Mainz Was ist das? Ein Flash-Hider Wie bitte, was für eine Spider? Flash-Hider Oh Ah Das ergibt doch mehr Sinn Na ja Flash-Flashider ergibt wenig Sinn Ja Oh Gott Oh Gott Was ist los? Guck einfach hinter mich Ach du Scheiße Komm runter Okay, ich bin... Munitionslos, ich muss kämpfen Guck da eigentlich was rumstehen Guck Äh, ich komme mit der Shootgun Guck Ach, ich bin 29 Guck mal her Ja Ich könnte das Adrenalin zwar selber noch nehmen, aber hier Dann kriegst du hier noch zwei Bandagen Ach, ich habe selber auch noch ein paar Eine Ja, nimm mal Okay, danke Ich brauche es Gott nicht Ich habe 68 Leben Ich weiß noch, wie die ersten sechs Folgen aussahen Ich immer so mit maximal 30 HP Ja, ich dachte mir auch nur so dezent WTF Ja, ich dachte mir auch nur so dezent WTF Ja, oh Oh, hi Ah, das lag bei mir schon wieder Ich habe ein 80 Gerät Der abgebrannte Hanvi steht hier immer noch Ich könnte ja mal auf meine Waffe mit... Ach, hier... Ich habe eine Handsaw gefunden Geil Dein Ernst? Ja, meine Angst Ja, meine Angst Ähm, der Inventar ist voll Fischi, wirst du nicht vielleicht hochkommen und... Auf dem Turm? Dein Ernst? Wieso? Dieser liegt hier auf dem Turm? Das ergibt überhaupt keinen Sinn Der ist übrigens gerade nebenbei Ich habe keine Ahnung Taktical luck Arbeit ist dran Du hast das Tod erschreckt Ach, wieso Wieso? Was zum... Okay Was denn? Du leckst so ein bisschen rum Und hier ist leckergeleit, ne? Ja, kein Platz mehr Ja, ich auch nicht Arbeit ist dran Oh Gott Shotgun bereits Was passiert hier? Okay, jetzt gehts wieder Gibt ja noch Gibt ja noch Also... Äh... Ich war im letzten Part schon erwähnt eigentlich Dass es vermutlich mein letzter Part wird Aber... Nachdem wir jetzt in einer Ausnahmesession sind Wird wenn, dann das mein letzter Part Session Ach sie, sagt doch irgend... Ach du Scheiße, warum ist da plötzlich so weh? Dieser Wichs-Zombies Kam von draußen Wichs-Krippe Das willst du jetzt? Matisch bist du in deinem Kopf Glück schaff Könnt jetzt mal wieder skillen Was ist denn, wie sehr wichtig drauf war? Ne, noch nicht Vielleicht wird von der Timberwolf das Dings ab Warum machen wir dann 20 auf meine Waffe jetzt? Was für eine Waffe hast du jetzt eigentlich? MapleStrike Glaube ich Ja Hier liegen noch Sandbags Hast du noch Sandbags, ne? Ja, hol die mal da runter Ich hab keinen Platz mehr Was? Ich hab keinen Platz mehr für die Hol die mal da runter Achso, da... da oben sind die Ja, ich hol die runter Äh, hab sie Glaubst du die wären in meiner Hose? Wie bitte, was? Ja, dachtest du die Sandbags wären in meiner Hose Nicht unbedingt Siehst du? Obwohl Ich hab ein Nautomagazin auf dem Flugzeugflügel gefunden Hier ist übrigens noch eine Handsaw Jetzt haben wir plötzlich genau Wir haben einen Part gehabt, der sich nur um die Suche nach einer Handsaw drehte Da gar nichts gefunden Und jetzt finden wir zwei Because why the fuck not? Freitag findet gleich bestimmt Wann haben wir zwei? Eigentlich 50, hier sind raw explosives Wo? Ich bin fast wieder runtergefallen Auf dem letzten Tower auf dem wir noch nicht drauf waren Okay, du hast die Häuser zwar noch nicht durchsucht Aber ich geh gleich mal auf den letzten Tower und hole die raw explosives Ähm, da oben liegt noch irgendwas Ich wollte sehen was das ist Aber ich kann nicht Ich komm nicht mal rauf Okay, ist nicht bei Kishi Ah, ich hab immer gedacht Gebrochen Kishi Ernsthaft jetzt Shit happens Das heilt Ja, du kannst noch nicht mehr rennen und springen Pfff Brauch ich nicht Ein bisschen Adrenalin spritzen Den hab ich immer auch schon gemacht Ein Schamlight brauche ich auch nicht Ähm, auf dem Turm liegt sonst noch ein Tactical Light Achso Was tut ihr Scheiß Zombies Mega Zen Ah ja, da ist noch einer drin Geil, geil, geil Hier ist ein PDW-Magazin Nimm mit Okay Ich hab das maximale Stamina Endlich Hab ich Noch nicht Knoppen Kannst du noch Purification Tablets nähern? Mh, muss ich gucken sonst mach ich Platz Wenn es ist, dann lach ich Ich dropp einfach die Milch Das ist nicht so wichtig, wenn wir dir zu essen Du kannst dich auch trinken, Kishi Außer sie ist Moldi Außer sie ist Moldi Ne, die ist nicht Moldi Dann trinkst du dich Kannst dich auch zum Trinken, wenn sie Moldi ist Wenn ich so gut sei, du kannst das machen Mh, gib mir mal die Purification Tablets Oder wie viel Radioaktivität hast du? Äh, ich habe 34% Dann frier sie Okay Wo bist du? Bin in nem Haus Wo bist du? Äh, Quip, Milk, in irgendeinem dieser Häuser Kommen wir zum Auto Okay Hopp Da legt noch meine Jacke Ja Wo ist das Auto? Haben wir noch nicht so weit hinten geparkt? Wir haben hier geparkt So weit hinten wirklich? Habe ich gar nicht im Kopf Jetzt kann ich wieder laufen Im genauen Großwald Im Generator brauchen wir auch noch, ne? Ja Komm, Kishi, stecker Ich wollte eigentlich nicht an die vorbeifahren Aber die Bremsen von diesem Auto sind besser als die von meinem Ich glaube, die haben übrigens alle unsere Worklights verloren Weil die lagen ja auf dem Dach Und da habe ich gar nicht mehr gedacht Das ist mir gerade zu leid Shit, ich auch nicht Stimmt, das habe ich in der Aufnahme gesehen Ja, eins habe ich jetzt wieder Ich habe auch eins dabei Oh mein, ich habe schon wieder 80% Hunger Ich habe noch was zu essen dabei Du solltest übrigens, äh, Survival skillen Ja Moment, habe ich jetzt eigentlich schon Ja, ich kann Survival skillen Hab, äh, geskillt Errungenschaft freigeschaltet Skilled Oh, du bist ausgestiegen Ich muss noch mal kurz zum Wasser meine Dingens auffüllen Ja, das stimmt Und es wird Tag endlich, glaube ich Oh mein Gott Direkt Du wolltest noch was zu essen haben, ne? Ja, wäre nicht schlecht Ähm Potato Chips Was ist Savage Ach ja, das ist ein Magazin Oh Danke Ich esse einfach die Packung Because why the fuck not Normal, oder? Normal, oder? Kommst du? Ja Ja, Moment, ich muss kurz nachladen Achso, okay Ach du Scheiße Na du? Na du? Na du? Na du Nudel? Na du Nudel? Na du? Na du? Na du? Na du? Na du? Ja Ich weiß genauso wie Woah, ich glaube die Amos sind alle gleich Oh Gott ich hab nur noch 14 HP Scheiße, ich komm mal hoch Ja warte ich muss kurz den Turm umrunden um die Zombies abzulenken Warte, ich hab noch Adrenalin, ich kann dir noch geben. Ich hab auch noch Dressing. Hier, Adrenalin. Was du Bandage brauchst. Was machen die da unten? Schmeißt du das gerade runter? Was? Wo hast du es hingelegt? Da, direkt neben es berät. Okay, das Server lag bei mir. Beweg dich mal. Bewegst du dich? Ja. Ja, super. Ich versuche die Zombies da unten irgendwie tot zu kriegen. Ich turn kurz neu. Okay. Und damit herzlich willkommen zurück. Ich bin gerade mit Kishi von dem Turm wieder runtergekommen. Ich hab dir das nicht gesehen, tut mir leid. Guckt bei ihm. Ihr guckt doch eh nicht bei mir. Ihr guckt doch eh bei ihm, ihr Wichser. Aber trotzdem krieg ich nur das gleich, das kann ich nicht verstehen. Ich verstehe echt nicht, warum Kishi nur Dislikes kriegt. Oh, hier ist Milk. Naja. Wenn sie mich davon sehen wollen. Weil ich hate dich an einer gewissen Person. Ach, du meinst Paar ja. Ja, das kann sein. Ach, ich hab ein paar Leute, von denen es sein kann, dass die mich haten. Ja, vielleicht auch Kabel Deutschland. Ja, bei denen ist das auch möglich. Ah, Civilian Bullets geil. Aber ich hab ja eigentlich auch andere Fans von mir. Und die können ja dann eigentlich auch gegensteuern, wenn sie noch mehr davon sehen wollen. Äh, Freddy? Dann kannst du es auch lassen. Hm? NoWu ist neu? NoWu? Ja? Was ist das? Ne, das ist ein Shotgun. Ja, ist ein Shotgun. Ich hab ne Barrette gefunden. Hier, NoWu gab's schon seitdem wir spielen. Was ist ne Barrette? Äh, das ist ne Knarre. Die wir schon mal haben. Die ist geil. Oh, ok, hab sie. Du kannst mir das Magazin gerne mal geben. Aber du kannst sie erstmal da drin halten. Was, haben wir nicht? Ich glaub die haben die Barrette nicht mehr. Doch, ich hab die noch. Wieso? Liegt in meiner Kiste. Was ist in deiner Kiste? Hier ist noch ein Traveler Pack. Oh, ne Kern Cola. Pocket knife. Moldy potato. Oder tomato, ich hab's grad nicht gelesen. Ich glaub es war ne potato. Don't drive and skill. It's not a good idea. Don't drive and skill. Drive and drink war gestern, heute ist es drive and skill. Äh, Kirschi hier liegt übrigens noch Nägel. Auf der Baustelle. Wo, wo, wo bist du? Baustelle. Wo ist die Baustelle? Ja. Da wo's nach Bau aussieht. Und wo die Stelle ist Kirschi. Ah, gut hinterm Zaun versteckt. Wenn sie gut versteckt wär, hättest du sie nicht gefunden. Nägel. Ake. 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 Nicht Ake, sondern Ake. Danke, der Server hängt wieder bei mir. Bitte, tschüss. Ähm. Oh Gott. Oh Gott. Falls du die ganzen Viecher siehst, die kommen von mir. Die müssten gleich alle umkippen. Ach, Freddy ist bei uns. Dann hör ich doch richtig. Ja. Du schlägst da gleich rein in die Blut. Äh. Das ist weiter facklad. Ich glaub ich muss mal Connection. Das hat er nicht gelootet. Oh, Cam Chili. Ja, Leute, bis gleich. Und damit zurück. Ake. Oh, hey. Ich brauch übrigens schon wieder... Alter, sind hier viele Leichen. Schon wieder Leben. Ja, achte, ich muss euch da mal helfen, als ich überfahre. Dankeschön. Das sieht ein bisschen verzweifelt aus. Hab ich nicht gesehen. Ah, 89 seh ich gerade. Hunger. Ich sollte mir mal keinen Pasta gönnen. Nein. Wieso nicht? Nein, du solltest das nicht. Oh. Hier steht ein Computer im Bett. Das könnte ich sein. Ja. Oh, hey. Kirschi, komm mal mit daher. Ja, ich komm mal. Wo bist du eigentlich hingegangen? Kirschi, ich hab da eine Tür reingesetzt. Wie findest du das? Hinter der Feuerstation. Cool aus. Ja, noch ein bisschen. Nicht. Perfekt. Ah, da. Hi. Wo bist du? Komm mal auf dich zu. Ach, da mit Freddy. Mit Stella. Ah, plötzlich kommt Freddy durch mich durch. Klingt falsch. Mach bitte einen Screenshot für mich. Ja, das könnten... Freddy, gehst du mal kurz? Käschi, du bitte auch. Du musst einen Screenshot machen. Ah. Hast du? Ja. Danke. Bitte. Tschö. 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 Hundbau. So. Na dir bitte jetzt noch. Ah! Pfeile! Totgarn! Das war die Stadt, in der es keine Farben sie gehabt, ne? das war die stadt in der es keine farben sie gab ja ich weiss nicht blocken nicht crime against some vanity ich hab tausend zombies gerade getötet oh cool ich hab ne handshake gefunden hier ist ne knapsack ja hier liegt noch ne kantin oh mein du hast hier aber schon ein Zimmer gestellt oder was das ist abgelaufen bis zum nächsten mal Leute haut rein tschüss